Du hörst Marius' Lebensimpulse. Die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich wünsche dir viel Spaß. Das Leben leben kannst, das sich dein Herz wünscht. Heute habe ich ein Buch mitgebracht, das es echt in sich hat. Es ist klein, aber fein. Und es heißt Der Prophet von Kali Gibran. Ich freue mich, dass wir zwei Stunden haben und ich dort auszugsweise vorlesen kann, dir ein bisschen was über den Autor, ein bisschen was über das Buch erzählen kann. Und obwohl das jetzt schon bald 100 Jahre alt ist, hat es an Aktualität nichts verloren. Es ist ein absolut zeitloses Buch. Ja, und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du zuhörst. Und so fangen wir mit ein bisschen Musik an von Sinet O'Connor. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Ja, thank you for hearing me. Ein schöner Beginn dieser Sendung. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn das Buch hat es echt in sich. Doch bevor wir zu dem Buch kommen und ich da einige Kapitel draus vorlese, erst mal kurz was über den Autor Kali Gibran. Und zwar Kali Gibran war ein libanesisch, amerikanischer Maler, Philosoph und Dichter, der am 6. Januar 1983 im Osmanischen Reich, das heißt im heutigen Libanon, geboren ist. Und er verstarb am 10. April 1931 in New York. Mit nur zwölf Jahren ist er mit seiner Mutter und seinen drei Geschwistern nach Boston ausgewandert. Und da er keine Ausbildung hatte und auch kein Englisch konnte, hatte er das Glück, dass sich eine Pädagogin um ihn kümmerte. Und sie hat ihn nicht nur intellektuell, sondern auch finanziell über viele Jahre unterstützt. Und was daraus entstanden ist, ist dieses Buch, an dem er 25 Jahre lang gearbeitet hat. 25 Jahre lang. Und es ist auch ein sehr überschaubares Buch, es hat nur knapp 20.000 Wörter. Das ist im Endeffekt was, was du innerhalb von anderthalb Stunden durchlesen kannst. Allerdings haben die Worte es in sich. Das heißt, bis es durchgesickert ist oder bis es wirklich verstanden ist, ist nochmal was. Und gleichzeitig hat er eine sehr klare, eine sehr bildhafte Sprache. Die erste Auflage im September 1923 betrug 1300 Exemplare, hat 2,25 Dollar gekostet und war innerhalb von einem Monat ausverkauft. Für damalige Verhältnisse nicht unbedingt etwas Selbstverständliches. Heute wurden allein in den USA mehr als 10 Millionen Bücher davon verkauft. Und was das Buch auch noch so besonders macht, ich habe es gesagt, es ist ein absolut zeitloses Buch und doch passt es gut in die Krisenzeit. Das hatte eben auch zur Folge, dass die Zeit, wo es rauskam, das war quasi ein paar Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, und diese lebensbejahenden Botschaften, die in diesem Buch stecken, die kamen einfach gut an. Und in den ersten 15 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden ungefähr 130.000 Exemplare verkauft. Und im Zweiten Weltkrieg stieg die Nachfrage so stark, dass die US-Regierung das Buch extra in einem Taschenbuchformat herausgebracht hat, sodass die Soldaten das mitnehmen konnten. Also es war sogar eine extra Version für Soldaten, die das mitnehmen konnten, um darin immer wieder zu lesen. Bis 1957 hat es eine Million verkaufte Exemplare gebracht und wurde dann bereits in 20 Sprachen übersetzt. Inzwischen soll es inoffiziell 300 bis 400 Übersetzungen von dem Buch geben. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen es gibt oder wie viele Dialekte da mit drin stecken. Und es ist wohl mit eines der meistverkauften Bücher überhaupt. Und seit dem 1. Januar 2019 ist dieses Buch quasi in das Allgemeingut übergegangen. Das heißt, es unterliegt keinem Copyright mehr, sondern es darf, es ist frei verfügbar und darf frei vervielfältigt werden. Ja, es hat 26 Kapitel. Und worum geht es denn jetzt eigentlich in dem Buch Der Prophet? Und die Rahmenhandlung ist eben dieser Prophet, Al-Mustafa, und der hat zwölf Jahre auf sein Schiff gewartet, das ihn nun endlich in seine Heimat zurückbringen soll. Vor seiner Abreise bitten ihn allerdings einzelne Einwohner der Stadt Orphalese, ihn ein letztes Mal seine Einsichten zu einem bestimmten Thema zu vermitteln. Und daraus entstanden sind eben diese 26 Kapitel, in denen der Prophet Grundfragen behandelt über das menschliche Leben. Beginnt mit der Liebe, über die Arbeit und das Ganze endet dann quasi mit dem Tod. Und im Schlusskapitel ist dann noch eine Abschiedsrede über die große Sinnfrage mit Eingeflochten. Ja, und so fange ich mal an. Es sind, die Kapitel sind unterschiedlich lang, oder ich müsste eigentlich sagen, unterschiedlich kurz. Denn die sind wirklich, wirklich überschaubar. Also oft nur eine, anderthalb Seiten und das Buch ist schon sehr klein. Außer die Ankunft und das Ende. Das sind ein paar Seiten mehr. Und ich bin mal gespannt, wie viel ich schaffe. Ich habe es mir schon sehr schwer getan, mir zu überlegen, welche Kapitel lasse ich raus, welche nehme ich rein, weil die alle so inhaltlich wertvoll sind. Jetzt fangen wir mal an, trotzdem, damit du ungefähr einen Eindruck hast, wie das Ganze hier anfängt. Und das nennt sich die Ankunft des Schiffes. Jetzt gucke ich nochmal, wie lange das hier wirklich geht. Brauchen wir das? Oder springen wir da gleich rein? Oh ja, ich glaube, wir springen da gleich rein. Nein, es ist ein schönes Warm-up. Die Ankunft des Schiffes. Al-Mustafa, der Auserwählte und der Geliebte, der seinerzeit ein Morgenrot war, hatte zwölf Jahre lang in der Stadt Orfalis auf die Rückkehr seines Schiffes gewartet, das ihn wieder zur Insel seiner Geburt bringen sollte. Und im zwölften Jahr, am siebten Tag des Erntemonats, Eilul erklomm er den Hügel jenseits der Stadtmauern und blickte seewärts, und er sah sein Schiff mit dem Nebel herankommen. Da flogen die Tore seines Herzens auf, und seine Freude schwang sich weit hinaus übers Meer. Und er schloss die Augen und betete in der Stille seiner Seele. Doch als er den Hügel wieder hinabstieg, befiel ihn Wehmut und er dachte in seinem Herzen. Wie soll ich in Frieden und ohne Kummer ziehen? Nein, nicht ohne eine Wunde in der Seele werde ich diese Stadt verlassen. Lang waren die Tage des Leidens, die ich in ihren Mauern verbrachte, und lang waren die Nächte des Alleinseins. Und wer kann sein Leiden und sein Alleinsein ohne Bedauern hinter sich lassen? Zu viele Splitter meines Geistes habe ich in diesen Straßen verstreut, und zu zahlreich sind die Kinder meiner Sehnsucht, die nackt zwischen den Hügeln wandern. Und ich kann mich nicht ohne ein Last auf der Seele und Schmerz von ihnen zurückziehen. Es ist kein Gewand, was ich heute abstreife, sondern eine Haut, die ich mit meinen eigenen Händen von mir reiße. Ebenso wenig ist es ein Gedanke, was ich hinter mir lasse, sondern ein Herz, gesüßt von Hunger und von Durst. Doch ich darf nicht länger zaudern. Die Seele, die alle Dinge zu sich ruft, ruft mich, und ich muss an Bord gehen. Denn diese, denn sind die Stunden der Nacht auch aus Feuer. Hieße bleiben, gefrieren und Kristall werden und in einer harten Schale erstarren. Gern nehme ich alles mit, was hier ist, doch wie könnte ich? Eine Stimme kann die Zunge und die Lippen, die ihr Flügel verleihen, nicht mit sich tragen. Allein muss ich in den Äther steigen. Und allein und ohne sein Horst fliegt der Adler an der Sonne vorüber. Als er nun den Fuß des Hügels erreicht hatte, wandte er sich wieder zur See und er sah sein Schiff in den Hafen einlaufen und am Bug die Matrosen stehen, die Männer seines Landes. Und seine Seele rief ihn laut entgegen und er sprach, Söhne, meine uralten Mutter, ihr Reiter der Gezeiten, wie oft schon seid ihr in meinen Träumen gesegelt, und nun kommt ihr in meine Wachen. Das mein tiefer Traum ist. Bereit bin ich zur Abreise und meine Ungeduld wartet unter allen Segeln auf den Wind. Nur einen Atemzug noch will ich atmen in dieser reglosen Luft, nur einen liebvollen Blick noch zurückwerfen. Und dann werde ich mitten unter euch stehen, ein Seefahrer unter Seefahrern. Und du gewaltige See, schlaflose Mutter, Du bist allein. Die Du allein bist Frieden und Freiheit für den Fluss und den Bach. Nur eine Windung wird dieser Bach noch beschreiben. Nur einmal noch murmelnd in dieser Lichtung. Und dann kehre ich zu dir zurück, ein grenzenloser Tropfen zum grenzenlosen Ozean. Und während er ging, sah in der Ferne Männer und Frauen ihre Äcker und ihre Weinberge verlassen und hin zu den Stadttoren eilen. Und er hörte ihre Stimmen seinen Namen rufen und hörte sie von Feld zu Feld einander zuschreien und die Ankunft seines Schiffes melden. Und er sagte zu sich selbst, Soll denn der Tag der Trennung der Tag der Vereinigung werden? Und soll es einst heißen, dass mein Abend in Wahrheit mein Morgenrot war? Und was soll ich dem geben, der seinen Pflug auf halber Furche verließ? Oder dem, der das Rad seiner Kälte anhielt? Soll mein Herz zu einem Baum werden, beladen mit Früchten, die ich pflücken könnte, an sie zu verteilen? Und werden meine Wünsche wie eine Quelle sprudeln, dass ich ihre Becher füllen mag? Bin ich denn eine Harfe, dass die Hand des Mächtigen mich streichen? Oder eine Flöte, dass ein Atem durch mich strömen könnte? Ein Sucher, der still bin ich, und welche Schätze habe ich in ihr gefunden, die ich mit Zuversicht verschenken könnte? Wenn dies mein Tag der Ernte ist, auf welchem Feld habe ich die Saat gesät und in welchen vergessenen Jahreszeiten? Wenn dies wirklich die Stunde ist, da ich meine Lampe erhebe, dann ist es nicht meine Flamme, die in ihr brennen wird. Leer und dunkel werde ich meine Lampe heben. Und die Hüte der Nacht mag sie mit Öl vollgießen, und auch entzünden mag er sie. Dies sagte er mit Worten. Vieles aber blieb in seinem Herzen ungesagt, denn sein tieferes Geheimnis war ihm unaussprechlich. Und als er in die Stadt kam, strömte ihm alles Volk entgegen, und wie mit einer einzigen Stimme riefen sie ihm an. Und die Stadtältesten traten vor und sagten, Geh noch nicht von uns. Ein Mittag bist du in unserer Dämmung gewesen, und deine Jugend hat uns Träume zum Träumen gegeben. Kein Fremder bist du unter uns und auch kein Gast, sondern unser Sohn und unser herzlich Geliebter. Dulde es noch nicht, dass unsere Augen nach deinem Antlitz hungern müssen. Und die Priester und die Priesterinnen sprachen zu ihm. Lass es nicht zu, dass die Wellen der See uns jetzt trennen und dass die Jahre, die du in unserer Mitte verbracht hast, zur bloßen Erinnerung werden. Du bist als ein Geist unter uns gewandelt, und dein Schatten ist ein Licht für unsere Augen gewesen. Innig haben wir dich geliebt. Doch sprachlos ist unsere Liebe gewesen und in Schleier gehüllt. Jetzt aber schreit sie laut auf zu dir, und ich möchte unverschleiert vor dir stehen. Denn stets ist es so, dass die Liebe ihre eigene Tiefe nicht kennt, bis zur Stunde der Trennung. Und es traten auch andere vor und flehten ihn an. Doch er gab keine Antwort. Er neigte nur den Kopf, und wer nah bei ihm stand, sah, dass ihm Tränen auf die Brust tropften. Und er und die Menschen begaben sich zum großen Platz vor dem Tempel. Und da trat aus dem Heiligtum eine Frau, dessen Name Almitra war, und sie war eine Seherin. Und er blickte sie mit innigster Zärtlichkeit an. Denn sie war die Erste, die ihn aufgesucht und an ihn geglaubt hatte, als er gerade einen Tag in ihrer Stadt gewesen war. Und sie grüßt ihn und sagte, Prophet Gottes auf der Suche nach dem Allerhöchsten, lang hast du nach deinem Schiff Ausschau gehalten. Und jetzt ist dein Schiff angekommen, und du musst uns verlassen. Tief ist deine Sehnsucht nach dem Land, deine Erinnerungen und dem Wohnort deiner größten Wünsche. Und unsere Liebe vermag dich nicht zu binden, noch unsere Not dich zu halten. Doch darum bitten wir dich, ehe du uns verlässt, dass du zu uns sprichst und uns von deiner Wahrheit gibst. Und wir werden sie an unsere Kinder weitergeben und sie an ihre Kinder und deine Wahrheit soll nicht untergehen. In deinem Alleinsein hast du mit unseren Tagen gewacht und in deinem Wachsein hast du deinen Weinen und dem Lachen unseres Schlafes gelauscht. Enthülle uns jetzt also und erzähle uns alles, was dir von dem offenbart wurde, was zwischen Geburt und Tod liegt. Und er antwortete, Menschen von Afalis, wovon könnte ich schon sprechen, außer von dem, was in diesem Moment eure Seelen bewegt? Von der Liebe Da sagte Almitra, sprich zu uns von der Liebe. Und er hob den Kopf und blickte auf die Menschenmenge und es verstummten alle. Und er sagte mit mächtiger Stimme, wenn die Liebe euch ruft, folgt ihr, auch wenn ihre Pfade beschwerlich und steil sind. Und wenn ihre Schwingen euch umfangen, gebt euch ihr hin, auch wenn das Schwert zwischen ihren Fittischen euch verwunden mag. Und spricht sie zu euch, schenkt ihr Glauben. Auch wenn ihre Stimme eure Träume zerschlagen mag, so wie der Nordwind den Garten verwüstet. Denn so wie die Liebe euch krönt, wird sie euch kreuzigen. So wie sie euer Wachstum befördert, stutzt sie euch euren Wildwuchs. Ebenso wie sie zu euren Gipfeln emporsteigt und eure zartesten Zweige liebkost, die im Sonnenlicht zittern, wird sie zu euren Wurzeln hinabsteigen und sie erschüttern in ihrem Erd verhaftet sein. Wie Gaben sammelt sie euch und drückt sie euch an die Brust. Sie drischt euch, um euch zu entblößen. Sie siebt euch, um euch von eurer Spreu zu befreien. Sie malt euch blütenweiß. Sie knetet euch, bis ihr geschmeidig seid. Und dann überantwortet sie euch ihrem heiligen Feuer, damit ihr heiliges Brot für Gottes heiliges Festmahl werdet. All das wird die Liebe euch antun, damit ihr die Geheimnisse eures Herzen erkennt und in diesem Erkennen zu einem Bruchteil vom Herzen des Lebens werdet. Solltet ihr aber aus Angst nur den Frieden der Liebe und die Freuden der Liebe erstreben, dann ist es besser für euch, wenn ihr eure Blöße bedeckt und die Tenne der Liebe verlasst und hinaustretet. In die Welt ohne Jahreszeiten, wo ihr lachen werdet, aber nicht all euer Lachen und Weinen, aber nicht nicht all eure Tränen. Die Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Die Liebe besitzt nicht, noch will sie Besitz sein, denn der Liebe ist die Liebe genug. Wenn ihr liebt, sollt ihr nicht sagen, Gott ist in meinem Herzen, sondern ich bin im Herzen Gottes. Und mein nicht, ihr könntet den Lauf der Liebe bestimmen, denn befindet sie euch für würdig, bestimmt vielmehr sie euren Lauf. Die Liebe wünscht nichts, als sich selbst zu erfüllen. Doch wenn ihr liebt und Wünsche habt, doch wenn ihr liebt und Wünsche haben müsst, dann wünscht euch dies, zu zerschmelzen und gleich einem rauschenden Wasser zu werden, dass der Nacht seine Weise sinkt. Die Qual zu großer Zärtlichkeit kennen zu lernen, verwundet zu werden von eurem eigenen Verständnis der Liebe und bereitwillig und freudig zu bluten. Im Morgengrau mit einem Lerchenherz aufzuwachen und für einen neuen Tag des Liebens Dank zu sagen. In der Mittagszeit zu rasten und dem Entzücken der Liebe nachzusinnen, am Abend dankbar heimzukehren. Und dann einzuschlafen mit einem Gebet für den Geliebten im Herzen und einem Lobgesang auf den Lippen. Lippen 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 Lippen